Hallo meine lieben Diamonds und herzlich willkommen zu diesem Paint With Me. Ich paint heute mit diesen wunderbaren Hartsteinchen von Oraloa. Ich liebe dieses Bild und ich dachte mir, ich nehme euch ein bisschen mit. Ich muss hier mal immer ein bisschen gerade rücken, weil ich bin so ein kleiner Perfektionist geworden in Sachen Diamond Panting. Die Steine müssen immer gerade liegen. Ist ein bisschen schwierig bei weißen und schwarzen Steinen, aber ich kriege es mittlerweile hin. Ja, was ich euch berichten wollte war, die Neuigkeiten auf meinem Kanal. Wie geht es nächstes Jahr mit uns weiter? Ja, also nächstes Jahr werden wir weiter nach vorne steuern. Ich habe viele Projekte mit euch, die ich vorhabe zu machen. Ich habe viele Kooperationen, die noch bevorstehen. Ihr werdet überrascht sein. Viele Künstlerbilder, viele tolle Firmen, die ich ausprobieren werde. Ja, ich würde sagen, da kommt einiges. Auf jeden Fall ist der Kreative Allerlei Kanal auch schon im Gange. Es sind jetzt zwei Videos hochgeladen. Das dritte folgt bald. Es wird ein Kanal, der eher so die Halls betrifft oder kreative Sachen wie zum Beispiel, was weiß ich, das Malen mit Malbüchern für Erwachsene oder das Resing gießen, das Jasmonite gießen, Gips gießen. Ich werde alles Mögliche ausprobieren mit euch, aber das wird alles auf dem anderen Kanal stattfinden. Hier behalten wir bei, Diamond Painting zu machen. Halls, die Diamond Painting betreffen, Tests von Produkten fürs Diamond Painting und und und. Auch Tipps und Tricks folgen jetzt bald wieder. Ab Januar habe ich da eine Menge Stoff für euch. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Wird lustig. Was es noch Neues gibt? Ich habe ein paar Sachen mit Resing gegossen. Ich habe ein bisschen rumprobiert und die gibt es bei mir. Die bekommt ihr bei mir per E-Mail, per Instagram. Auf TikTok und Instagram findet ihr die Produkte, die ich gegossen habe. Es wird nichts im Moment extra gegossen, sondern es sind die Sachen vorrätig, die ich da zeige und die könnt ihr dann natürlich erwerben. Ich habe ein Kleingewerbe. Ihr könnt also bei mir einkaufen ohne schlechtes Gewissen. Die Sachen sind versichert versendet, aber ich werde erst wieder nach Weihnachten, nach Silvester versenden, was das jetzige betrifft, was ihr dann bestellt. Also wartet erst mal Weihnachten und Silvester vielleicht ab oder wenn ihr etwas seht, was ihr unbedingt haben möchtet, dann könnt ihr gerne sofort bestellen. Versandkosten sind dann inklusive des Preises, den ich euch nenne und dann könnt ihr natürlich, naja, dann kann ich auch sofort losschicken, je nachdem, was ihr bestellt. Wenn ich es vorrätig habe, dann habe ich es vorrätig, dann kann ich es losschicken. Ja. Was gibt es noch Neues? Ja, in Sachen Twitch und YouTube Livestreams. Ich habe die letzte Zeit sehr wenig gestreamt, das ist mir sehr bewusst, aber das lag auch daran, dass es mir sehr, sehr schlecht ging zwischenzeitlich. Ich werde jetzt wieder mehr streamen. Ich denke mal, diese Woche werde ich auch noch einmal streamen. Dann zu Heiligabend und Weihnachten werde ich wahrscheinlich einen kurzen Stream machen. Wir gucken mal, wie es so läuft, wie es mir geht, ne. Und ansonsten, ab 2023 habe ich mir vorgenommen, feste Zeiten zu machen. Die betreffen dann YouTube und Instagram. Äh, YouTube und Twitch meine ich. Mein Gott, ey. Es wird auch hier auf YouTube mehr Short-Videos geben. Short-Videos sind die kleinen, kurzen Videos, die es auf YouTube gibt. Da werden dann so Tipps und Tricks gezeigt. Meine Sachen, die ich so zwischendurch mache und so. Das sind so die Pläne für 2023 bis jetzt. Wenn ihr noch Ideen habt, Vorschläge, Ideen, Sachen, die ihr gerne sehen würdet, dann schreibt mich doch gerne an. Meine E-Mail-Adresse steht in der Videobeschreibung. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben, wenn ihr irgendwas habt. Ja. Was fällt mir noch so ein? Eigentlich nicht viel. Es ist schweinekalt draußen geworden. Wir haben Minusgrade. Ich hoffe, ihr habt eure Heizung am Laufen. Meine Nebenkostenabrechnung war nicht gerade ohne. Äh, ja. Aber wir werden es überleben. Ich hoffe, es wird nicht noch schlimmer. Aber, ja. Kommen wir, glaube ich, nicht drumrum, ne. Naja. Wie findet ihr das Bild bis jetzt? Die Steine liegen so, so toll. Das sind Hartsteine. Die sind echt gut. Ich werde da heute Abend auch noch weiter dran painten, denke ich. Ähm. Und dieses kleine Schälchen für die kaputten Steinchen habe ich übrigens auch gegossen. Das hat so einen Kristall-Look, als wäre es aus gefrorenen Eisstückchen. Also richtig toll. Wenn ihr so einen kleinen Pott haben möchtet, meldet euch einfach bei mir. Ich mache euch den in jeder Farbe, die ihr wollt. Auch in schwarz, meinetwegen, ja. Ja. Ansonsten wünsche ich allen, allen, noch tolle Adventstage. Es wird wahrscheinlich zwischendurch noch ein Paintings nie geben. Aber ich weiß es noch nicht. Es kommen noch so viele Unboxings, die ich zeigen will. Ne. Also von daher gucken wir mal. Ja. Wir nehmen jetzt mal einen anderen Stift. und zwar den blauen. Er liegt ein bisschen besser in der Hand. Ich habe in letzter Zeit oft Handgelenksschmerzen, wenn ich die ganze Zeit einen dickeren Stift benutze. Ich muss immer ein bisschen abwechseln. Geht es euch da auch so oder habt ihr da bestimmten Stiften, den ihr immer nutzt? Nutzt ihr die rosanen Stifte, die immer dabei sind oder habt ihr einen Lieblingsstift, den ihr gekauft habt? Es würde mich echt interessieren, was ihr für Stifte habt. Es gibt ja auch noch ganz, ganz viele, die die rosanen Stifte weiterhin nutzen. Ich meine, die sind gut, die sind schön dünn, aber irgendwie brauche ich die Abwechslung. Nach drei Jahren Diamond Painting, da braucht man immer wieder mal was Neues. Ja. Ich mache, was wollte ich jetzt sagen? Ich mache ab nächste Woche auch wieder Empfehlungen für kleine Kanäle. Also wenn ihr einen kleinen Kanal kennt, der euch gefällt, schreibt ihn mir bitte. Dann kann ich ihn mir merken und in meine Liste packen und dann in einem Video vorstellen. Würde mich nämlich sehr freuen, wenn wir mal was Neues zu Gesicht bekommen. Wir kennen jetzt alle schon die ganzen Kanäle, die gerade im Umlauf sind. Aber wenn da was Neues dabei ist, was ich vielleicht verpasst habe, sagt mir bitte Bescheid. Ja, ich kriege nicht alles mit. Ich gucke mir kleine Kanäle sehr, sehr gerne an. Die Kanäle ab 1000, die gucke ich inzwischen schon fast alle gar nicht mehr so großartig, weil, ja, wie soll ich sagen? Nicht jeder, nicht jeder kann mich gut leiden und ich muss auch diejenigen nicht gut leiden können. Ich sage mal so, jeder geht so seine Wege auf YouTube. So momentan. Ist ganz komisch. Früher war die Gemeinschaft irgendwie idyllischer und entspannter. Aber heute ist wirklich jeder geht so seinen Weg und ja, ist schade. Ich habe nämlich früher immer gerne viele gepusht und die, die ich gepusht habe, die haben mich in den Boppesee treten. Ja, traurig, aber wahr. Musste mal ausgesprochen werden. Denn die Leute, mit denen ich früher viel Kontakt hatte, die haben den Kontakt abgebrochen. Aber, ja, wenn euch die Videos von denen gefallen, soll es so sein, finde ich auch ganz, ganz toll. Ich nenne auch hier gar keinen Namen, weil ich möchte jetzt nicht beeinflussen. Dann wollte ich noch sagen, ihr Lieben, ich habe ein kleines Gewinnspiel vor. Ich habe hier nämlich Stifte, die wollte ich auf TikTok verlosen und auf TikTok haben sich die beiden Gewinner nicht gemeldet. Das bedeutet, wir haben zwei Stifte zur Verlosung und ein Bild. Ich bin noch am überlegen, ob ich das Ganze auf Twitch oder hier mache. Auf Twitch bin ich so selten online, da wäre ich eher dafür, dass wir das hier machen. Vielleicht sogar in einem Live. Also, wie wäre es für euch, wenn wir am Sonntag, dem 4. Advent, ein Gewinnspiel machen auf YouTube in einem Live? Ich bin am überlegen, ich weiß es noch nicht. Ja, je nachdem, wie die Kommentare ausfallen, werde ich mir wahrscheinlich überlegen dann. Ansonsten, mal gucken. Ich überlege mir was. Ich möchte ja, dass ihr auch was von habt, ne? Weil seit drei Jahren habe ich diesen Kanal und seit drei Jahren sind mir ganz, ganz viele Leute sehr treu und kommentieren bis heute. Ja, ich weiß nicht, sabbelt ihr euch hier voll, aber ihr wollt ein Paint With Me, ihr kriegt ein Paint With Me. Ich weiß momentan nicht, was ich so erzählen soll, weil ich die meiste Zeit die letzte Zeit flach lag und eigentlich nicht viel erlebt habe. Bis auf die Online-Tätigkeiten, die ich so erlebt habe auf Twitch und Co. Mein Gott, ich sag euch, da erlebt man Menschen, die möchte man gar nicht erleben. Ja, ihr verpasst nichts, wenn ihr nicht auf Twitch seid. So viel dazu. Gut, dann würde ich das Ganze hier auch mal beenden für ein Paint With Me jetzt diese Woche und hoffe, euch hat das Gesabbel ein bisschen gefallen. Wir werden demnächst auch ein größeres Paint With Me machen, so ungefähr eine halbe Stunde. Aber dafür muss ich erst mal gucken, was ich so erzählen kann. Da brauche ich ein paar Stichpunkte. Ihr könnt mir ja mal ein paar Themen schreiben. Dann schreibe ich mir die Themen auf als Stichpunkte und werde die in ein Paint With Me verpacken. Was haltet ihr davon? Wäre doch mal was. Also helft mir, ein paar Paint With Me abzudrehen. Schreibt mir in die Kommentare ein paar Stichpunkte, ein paar Ideen und dann haue ich auch wieder mehr Paint With Me raus. Ja, ihr müsst mithelfen. Ihr seid ein Teil von diesem Kanal. Also helft mir. Ich verabschiede mich jetzt aber. Ja, und hoffe, es geht euch gut. Lasst euch die Kälte nicht zu sehr ins Haus. Guckt, dass ihr heizt. Ja, nicht zu viel, nicht zu wenig, aber haltet euch warm. Der Winter wird noch sehr knackig. Ja, in diesem Sinne, ich kann dieses Bild einfach nur empfehlen. Oralor ist wirklich toll. Hat lizenzierte Künstlerbilder. Ihr wolltet mehr Künstlerbilder sehen, die lizenziert sind. Hier habt ihr es und ihr werdet auch noch mehr bei mir sehen ab 2023. Denn dann werde ich mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen weniger die China Shops mache und ein bisschen mehr, ein bisschen mehr von den Sachen, die ihr vielleicht sehen möchtet. Ist immer eine Frage des Geldes, eine Frage der Kooperation und so weiter. Aber irgendwie komme ich schon hin. Wir gucken mal, was wir draus machen. Also habt euch lieb, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.